Mobile Technologie hält uns aktuell zusammen. Und genau deshalb hat Samsung mit dem neuen Galaxy Z Fold 3 nochmal richtig einen draufgelegt. Die Technologie Foldable Display bleibt dieselbe. Allerdings gibt es ein optimiertes Redesign, das sieht man besonders schön an den drei verbauten Linsen, natürlich wieder Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv mit dabei und besonders schick verbaut. Was mich aber besonders fasziniert hat, war die Selfie-Kamera, die einfach unter das Display gesetzt wurde. Jetzt sieht man sie natürlich im Betrieb und wenn man aber den Modus wechselt, dann verschwindet sie einfach mit dem Display, weil man sie ja auch einfach nicht braucht, während man andere Dinge tut auf seinem Smartphone. Für nahtloses und besonders flüssiges Multitasking wurde ein Snapdragon 888 verbaut mit insgesamt acht Kernen und der sorgt für besonders hohe Rechenleistung, die ihr wiederum perfekt für euch nutzen könnt. Über den Dynamic AMOLED Display mit 7,6 Zoll, staune ich bei jedem Ausklappen genauso wie ihr, aber das Beste ist, dass ihr ab sofort ab diesem Modell einen S-Pen unterstützt bekommt. Bedeutet wiederum, euer Multitasking wird jetzt besonders attraktiv. Und das Gorilla Glass Victus sorgt für besonders viel Widerstandsfähigkeit und ist besonders kratzfest. Wer braucht da noch mehr Argumente für die neueste Innovation von Samsung?